In unserer klassischen Moderatoren-Ausbildung bauen die drei Module aufeinander auf. Im Einzelunterricht erlernt ihr da von der Grundlage bis ganz individuell auf euch abgestimmt alles, was ihr wissen müsst über die Moderation. Aber natürlich können wir auch angepasst an eure Bedürfnisse die ganz eigenen Pakete schnüren mit den Inhalten, die genau ihr braucht. Und dann gibt es im Jahr immer so ein paar Seminare. Die Termine findet ihr auf unserer Webpage.